Servus, kleine Info. Morgen, Samstag, 18.09. ist Demozeit in München. Ich werde den Wiesnumzug streamen ab ca. 14.50 Uhr auf DLIVE und nur auf DLIVE, da man auf der anderen Plattformen noch ein bisschen überleben möchte. Die Endveranstaltung auf der Theresienwiese werden wir auch noch ein bisschen was machen. Wenn ihr, und nur wenn es wirklich nicht schafft, nicht vorbeikommen könnt, dann schaut es euch auf DLIVE an. Kanal ist unten verlinkt. Wir sehen uns morgen, oder heute nur ihr mich. Servus. Bis zum nächsten Mal.